Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute etwas untypisch an einem Samstag ohne Bücherwoche, sondern mit den Neuzugängen aus dem September. Das hat tatsächlich einen Grund und zwar bin ich, wenn ihr dieses Video seht, aus meiner Woche Urlaub wieder zurück. Ich werde meinen Urlaub von Freitag bis Freitag am Meer verbracht haben und hatte erst überlegt, donnerstags noch ganz schnell die Bücherwoche enden zu lassen. Freitag Video zu drehen, hochzuladen und ähnlichem und dachte, nein, das ist einfach viel zu viel Stress und macht auch gar nicht so viel Sinn, vor allem weil ich wahrscheinlich in der Woche vor dem Urlaub gar nicht so viel lesen werde. Und das merkt man jetzt auch schon, dass ich aktuell noch im ersten Hörbuch der Woche sozusagen stecke und mal gucken, wie ich das diese Woche sozusagen dann auch im Urlaub vielleicht noch verbringe. Und da dachte ich mir, ich packe diese beiden Bücherwochen vor meinem Urlaub und dann in meinem Urlaub am Strand liegend sozusagen zusammen. Das seht ihr dann nächste Woche am Samstag in der Bücherwoche. Da werde ich dann auch etwas über meinen Urlaub berichten können und dachte, dafür machen wir heute einfach die Neuzugänge. Und ja, es sind einige Neuzugänge. Es sind 17 Bücher bei mir eingezogen. Da muss ich ehrlich sagen, boah, da habe ich schon so, als ich den Stapel jetzt zusammengesucht habe, gedacht, ach ja, da hast du es mal wieder ein bisschen übertrieben. Es sind zehn echte Bücher eingezogen, zwei E-Books und fünf Hörbücher. Das ist tatsächlich eine Mischung, die ich super spannend finde. Nicht ganz 50-50. Ich versuche ja immer Haptik und Digital so ein bisschen ausgleichen zu haben. Aber ja, annähernd tatsächlich einiges mehr an Hörbüchern als an E-Books. Was mir diesen Monat tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass einige tolle Bücher von Verlagen bei mir eingezogen sind. Das markiere ich euch natürlich immer unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, was da Rezensionsexemplare sind. Das kennzeichne ich immer. Ihr findet auch alle Bücher. Da könnt ihr gerne mal drauf gucken, wenn euch eins näher interessiert zu den Büchern. Die Infos, da packe ich immer einen Link rein. Und ja, das ist mir so dann ein bisschen beim Zusammensuchen und Liste erstellen aufgefallen. Aber das, ja, ich bin ja immer sehr, sehr dankbar für Rezensionsexemplare und freue mich da immer, wenn die Verlage mich mit einem Büchlein, egal in welcher Form, sozusagen bedenken. Und ja, es gibt dann auch noch einen Hinweis bei allen der Bücher zu einem Gewinnspiel, was es demnächst auf Instagram geben wird. Und dazu sage ich aber dann was. Und ich glaube, wir fangen jetzt bei 17 Büchern einfach mal an. Lange Rede, kurzer, wie man so schön sagt. Ja, das beginnt mit einem Hörbuch. Und zwar ist Montags bei Monika bei mir eingezogen von Claire Poulet. Ein Buch, das mir ein paar Mal bei Instagram über den Weg gelaufen ist, ich super spannend fand. Und ja, wir hier im Grunde die Geschichte eines Notizbuches haben, wo verschiedenste Menschen ihre Lebensgeschichte darin aufnehmen, um eben auch einfach mal die Wahrheit über ihr Leben zu sagen. Die Wahrheit über das Leben, ihre Gedanken, ihre Gefühle über Dinge, die sie eben sonst keinem verraten. Und ich habe das ein paar Mal gesehen und dachte dann, Mensch, das klingt auf jeden Fall spannend. Und habe es mir dann auch als Hörbuch geholt, habe es auch mittlerweile schon gehört. Und ich fand hier sehr ansprechend wirklich den Titel, das Cover, den Klappentext. Und auch die Sprecherin in der Hörprobe fand ich richtig gut. Und dementsprechend war das so ein Gesamtpaket, wo ich zugegriffen habe und auch sehr viel Spaß mit dem Hörbuch hatte. Von Kerstin Gier ist Vergissmeinicht eingezogen der Auftakt ihrer neuen Jugendbuch-Trilogie. Ziemlich zu Beginn des Monats. Habe dann ja tatsächlich so gewartet, dass es eben mit dem Erscheinen zur Bücherwoche passt. Das müsstet ihr letzte Woche dann in der Bücherwoche auch schon gesehen haben. Ich war mega gespannt auf dieses neue Jugendbuch. Ich mochte die Edelstein-Reihe. Ich fand Silber bis auf den letzten Teil richtig, richtig toll. Ich habe dieses mit dem Wolkenhotelschloss, Wolkenschlosshotel oder so, das habe ich nicht gelesen, weil das einfach von der Thematik mich irgendwie nicht angesprochen hatte. Ich habe auch einige klassische Romane, Frauenromane, wie man ja da früher auch durchaus noch sagen konnte, gelesen von Kerstin Gier und habe mich hier so, so, so darauf gefreut. Muss aber sagen, es konnte meine Erwartungen nicht ganz erfüllen. Fand aber so, wie die Aufmachung des Buches war, das Cover, ich finde auch die Idee, was so dahinter steht, sehr spannend. Und natürlich musste dieses Buch irgendwie bei mir einziehen. Ich hatte auch überlegt, es mir als haptisches Buch zu holen, weil es in der ersten Auflage auch einen speziellen Buchschnitt hat. Da ich jetzt aber nicht ganz so begeistert davon bin, wird das Buch nicht als echtes Buch sozusagen bei mir einziehen. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, dass ich mir die Neuzugänge und nicht irgendwie einen Monatsbericht, aber ihr könnt natürlich in die Bücherwoche von letzter Woche schauen, wenn euch da meine Meinung mehr interessiert. Dann hat meine Kingsianer-Kollegin Paddy mich mit Grave angesteckt von Tracy Wolf. Ein Buch, das mir ein paar Mal über den Weg gelaufen ist. Ich so dachte, oh cool, Vampire. Es dann aber irgendwie in die Richtung Fantasy, New Adult so geschoben habe und dachte, puh, ein zweites Twilight wäre nicht meins. Dann hat aber Paddy so, so geschwärmt und schon gesagt, es ist natürlich ein Jugendbuch. Es hat natürlich schon auch den Bad Boy, also den Vampir, die sind da irgendwo in Alaska unterwegs. Das klang so spannend, aber wie Paddy geschwärmt hat und besonders die Dinge, die sie da hervorgehoben hat, die haben mich so, so, so angesprochen und dementsprechend ist dann auch das Hörbuch bei mir eingezogen, weil ich glaube, dass das wirklich ein Buch sein kann, was mich eben als Hörbuch anspricht. Und ich bin ja in meiner Vampirphase, wenn ich da an meine Vampire Diaries-Sucht aktuell denke und ich freue mich auch mega auf Empire of the Vampire von J. Christoph, was ja für nächstes Jahr in Deutsch auch angekündigt ist und überlege ja auch, ob ich die Anne Rice-Chroniken sozusagen lese von Lest H. und Louis und wie sie alle heißen in dem Zyklus. Und ja, ich glaube, da kommt Grey von Tracy Wolfe gerade richtig, um mir da ein bisschen Vampir-Feeling zu geben. Dann das erste haptische Buch ist von Jodie Picot und zwar Umwege des Lebens. Wurde mir vom Verlag zugeschickt, auch unangefragt, vom Bertelsmann Verlag. Ich habe, glaube ich, von Jodie Picot bisher nur ein Buch gelesen, finde aber einige ihrer Bücher spannend. Und hier war es tatsächlich ganz spannend. Ich habe das nämlich gesehen und es geht hier um Ägypten. und das ist ja so mein Land, in dem ich jetzt ja im Grunde auch war, wenn ihr das Video seht. Aber jetzt, dass jetzt ich sozusagen nicht dort war und ich war ja schon sieben oder acht Mal dort und habe dann so den Klappentext gelesen und dachte mir, wow, das passt perfekt zu mir und gefühlt war es zwei Tage später im Briefkasten. Es war ein bisschen gruselig, wenn ich ehrlich bin. Wir haben hier einen mitreisenden Roman über Chancen, die wir verpasst haben und solche, die noch vor uns liegen. Und es geht hier um Dawn, die bei Ausgrabungen in Ägypten sich in ihren Kollegen verliebt. Dann gibt es einen Anruf, das grenzelt ihr Leben total um. 20 Jahre später ist sie verheiratet, hat eine Tochter und arbeitet als Sterbebekleidung in Boston, macht also was ganz anderes. Und dann überlebt sie einen Flugzeugabsturz und dann drängt sich ihr die Frage auf, ob das gute Leben, das sie eben hat, noch viel besser hätte sein können. Und auf diese Suche nach den Antworten kehrt sie nach Ägypten zurück, auch zu dem Mann zurück, den sie einst leidenschaftlich liebte. Und ich mag solche Geschichten mit Was wäre wenn? Bin da sehr gespannt, wie Julie Picot das auch löst. Hoffe natürlich auf Ägyptenfeeling und hatte auch erst überlegt, das Buch mit nach Ägypten zu nehmen. Aber es ist so ein Klopper und ein Hardcover. Das ist immer nichts, was ich gerne irgendwie am Strand lese. Aber ich denke, dass das jetzt zeitnah gelesen wird. Aber es klingt wunderbar, eben auch einfach mit diesen Entscheidungen, die man getroffen hat. Und ich glaube, das haben wir uns alle schon mal gefragt. Was wäre gewesen, wenn ich da nicht links, sondern rechts gegangen wäre? Ja, freue ich mich sehr, bin ich sehr happy, dass das Buch bei mir eingezogen ist. Dann bin ich bei Tauschticket fündig geworden und habe entdeckt, dass es ein Buch gibt von einem meiner Lieblingsschauspieler, Ewan McGregor. Und zwar Long Way Down. Ist ein älteres Buch und es geht hier um eine Motorradreise von Schottland nach Kapstadt. Super, super spannend. Das hat er zusammen, ich glaube, mit seinem Kumpel Charlie Borman, hat er diese Reise unternommen. Knapp 24.000 Kilometer sind Motorrad-Junkies. Es gibt ein Road-Abenteuer voller riesigen Überraschungen und unvergesslichen Begegnungen. Elf Länder, zwei Motorräder, ein Abenteuer. Ich glaube, das Buch ist schon ein bisschen älter, wenn ich das richtig gesehen hatte. Aber ich habe das gesehen und dachte, was, Ewan McGregor, da gibt es ein Buch, da gibt es einen Reisebericht. Er mit seinem Motorrad, das weiß ich aus einigen Interviews, dass er das spannend fand. Aber ich finde jetzt tatsächlich kein Datum, wann das Buch irgendwie erschienen ist. Und schwupps, habe ich mir bei Tauschticket sozusagen geholt. Freue mich drauf, da vielleicht tatsächlich im Winter, der jetzt kommt, irgendwie auch eine Motorradreise zu machen. Und bin sehr, sehr gespannt, was Ewan McGregor hier so ein bisschen Persönliches auch erzählt. Neben, dass man ihn ja als Schauspieler kennt, bin ich sehr neugierig. Und ja, Roadtrip, damit kriegt man mich ja im Grunde immer. Als Hörbuch ist dann eingezogen, Keeper of the Lost Cities, der Aufbruch von Shannon Messengers. Da, muss ich sagen, war ich richtig angefixt, als ich davon schon das erste Mal hörte. Und ich glaube auch, dass Kerstin Merkel davon schon geschwärmt hat. Kerstin, wenn du das Video siehst und das du nicht warst, dann korrigiere mich gerne. Auf jeden Fall ist das der Auftakt einer Reihe. Es ist schon eher so ein Jugendbuch-Fantasy-Ding, sage ich jetzt mal. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich gar nicht mehr so viel vom Klappentext irgendwie vor Augen habe. Wir aber schon so ein Gefühl vermittelt bekommen, das könnte ein bisschen in die Richtung Harry Potter Nevermore gehen. Zumindest vom Gefühl, nicht von der Geschichte. Aber dass es in diese Richtung geht, wie junge Protagonisten haben, die hier eben auch unterwegs sind, etwas beschützen müssen. Und ja, ich kann tatsächlich gar nicht viel mehr erzählen. Ich habe mich sehr über das Hörbuch dann gefreut, weil ich mag ja auch Fantasy super gerne hören. Und das klappt bei mir auch sehr gut. Und ich versuche ja immer so ein bisschen ausgeglichen auch die Bücher sozusagen mir zuzulegen, dass ich eben nicht nur echte Bücher neu hier habe oder überhaupt auf dem Sub, sondern ich möchte ja auch immer ein bisschen was hören oder auch als E-Book für unterwegs was mithaben. Und ja, da war ich super happy, dass das Hörbuch bei mir angekommen ist. Und bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was sich hinter dieser Geschichte verbirgt. Dann sind mir in zwei, drei Podcasts und auch auf YouTube ein Thema über den Weg gelaufen. Und dann dachte ich, das ist so, so spannend, da brauchst du mal ein Buch. Und das habe ich mir dann auch besorgt. Und zwar ist das Ikigai, ich hoffe, man spricht es so aus, Gesund und glücklich hundert werden von Francesc Mirales und Hector Garcia. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Hinter Ikigai steckt das Geheimnis für ein langes Leben, Das ist japanisch und bedeutet Lebenssinn. Und es ist eben das, was uns im Leben antreibt, uns Kraft, Lebensfreude und auch Vertrauen schenkt. Wer sein eigenes Ikigai kennt und auf ausgewogene Ernährung und Bewegung achtet, hat die Chance, gesund und glücklich alt zu werden. Und in diesem Buch erfahren wir eben, wie wir dazu kommen. Und es gibt ja auch Informationen zu den Einwohnern der Insel Okinawa, die bekannt ist als die Insel der Hundertjährigen. Es soll zahlreiche praktische Anleitungen und Tipps geben, die uns eben das Geheimnis eines langen Lebens präsentieren. Ich bin super neugierig. Ich fand die Podcast-Folgen spannend. Auch den YouTube-Video ein, zwei, die ich gesehen habe. Und habe mich dann für dieses Anfänger-Buch sozusagen entschieden. und bin da super, super neugierig, was mich da irgendwie erwartet. Habe jetzt nur so eine grobe Vorstellung und deswegen jetzt auch einfach das Buch dazu. Aber freue mich da auf jeden Fall in dieses Thema ein bisschen einzutauchen und bin da sehr, sehr gespannt, was mich erwartet. Bei dem nächsten Buch bin ich direkt, ja, durch das Cover aufmerksam geworden auf das Buch. Und zwar Hela, Your Yesterday is My Tomorrow von Melanie Moore. Ich fand das Cover so, so, so spannend, dass ich auch einfach mir mal den Klappentext angeschaut habe und dann auch super happy war, als ich das E-Book, ja, bei NetGalley entdeckt habe, wo man eben Rezensionsexemplare als E-Book anfragen kann. Und, ja, auch die Beschreibung klingt super, super spannend. Was ist, wenn die Zukunft zur Vergangenheit wird? Als das Bauernmädchen Hela eines Tages in den Wald geht, um nach einem heilenden Kraut für ihre todkranke Mutter zu suchen, begegnet sie einem merkwürdigen Jungen namens James. Mit ihm erscheinen weitere Fremde in der mitteralterlichen Stadt und wollen diese einnehmen. Hela erfährt, dass James zu der Gruppe gehört, die sich die Overs nennen. Doch das ist nicht das Schlimmste. Sie kommen aus der Zukunft. Von ihrem unbewohnbaren Planeten aus dem Jahr 2176 geflüchtet, möchten sie sich nun hier ein neues Leben aufbauen. Doch der Käpt'n der Overs scheint seine ganz eigene Zukunft gestalten zu wollen. Das Buch ist im August erschienen und ich war super gespannt. Ich mag diese Art Zeitreise-Geschichte ja immer sehr und bin hier super neugierig, dass hier Leute aus der Zukunft in die Vergangenheit kommen, mal sehen, was sie aus der Zukunft erzählen, was sie in der Vergangenheit wollen, warum auch vielleicht gerade das Dorf von Hela irgendwie ausgewählt wurde und auch was es mit dem Untertitel Your Yesterday is My Tomorrow vielleicht zu tun hat. Bin ich super gespannt und freue mich da definitiv drauf, auch die Geschichte zu entdecken. Dann bin ich über ein Buch gestolpert. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo ich das irgendwie gesehen habe. Irgendwer hatte das in einem Tag gezeigt und ich fand das so unterhaltsam, dass ich es mir bei Tauschticket ertauscht habe. Und zwar Urlaub mit Esel von Michael Gantenberg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein deutscher Autor ist oder ob das dann Michael Gantenberg ist. Nein, wahrscheinlich. Nein, ist ein deutscher. Ich kann es also Gantenberg aussprechen. Ist ein super niedliches Cover, wo man eben den Esel dann sozusagen auf der Rückseite durch die Leine irgendwie sieht. Total lustig. Und es soll wirklich super unterhaltsam sein. Das Tier im Manne. Sehr witzig. Der perfekte Sommerroman über Beziehungen, Entschleunigung und die Komik der späten Erkenntnis. Es soll amüsante und kluge Beobachtungen haben. Heitere, leichte, aber gar nicht seichte Lektüre. Steht gerade gedanklich auf meiner Leseliste für den Urlaub. Ist, glaube ich, auch von der Stärke tatsächlich was zum Mitnehmen. Mal sehen, ob ich mich dazu entschließe. Mich hat das einfach angelächelt. So für den Sommer. Natürlich ist es Anfang September nicht so sommerlich gewesen. Aber ich glaube auch, dass ich das Ende August schon angefordert hatte, bis es dann da war. Übertauschte gedauert ja immer mal ein Stückchen. Aber ja, klingt nach einem tollen Buch, das den Sommer zurückbringt. Und mal sehen, vielleicht lege ich es tatsächlich jetzt auf den Urlaubsstapel und nehme es mit. Und dann könntet ihr es ja schon nächste Woche in der Bücherwoche sehen. Aber ich mag so humorvolle Geschichten im Sommer. Und auch gerade Esel sind natürlich ganz spezielle und tolle Tiere. Und ach, es klingt einfach lustig. Da freue ich mich definitiv irgendwie aufs Lesen. Dann ist das neue Buch von Beth O'Leary bei mir eingezogen. Drive me crazy für die Liebe bitte wenden. Und ich bin ja ein großer Fan der ersten beiden Bücher der Autorin. Habe ja beides sehr, sehr gemocht. Wirklich gefeiert. Highlights des Jahres auch mitgeworden. Und war hier super neugierig. Ich habe jetzt aber schon bei Ruth gesehen im Video, dass sie sagt, man muss hier definitiv seine Erwartungshaltung verändern. Dass man keinen lockerleichten Roman bekommt, wie vielleicht bei Love to Share. Beziehungsweise da eben Themen auch im Vordergrund sind, die man eben vielleicht von Beth O'Leary nicht erwartet. Während ja Time to Love schon eher so diese humorvolle Verwechslung hatte oder diesen humorvollen Tausch hatte mit Oma und Enkelin. Oder bei Love to Share hatten wir ja auch die zwei Leute, die in der Wohnung sich teilen. Während sie aber immer in unterschiedlichen Schichten arbeiten und sich da eigentlich gar nicht treffen. Hier soll es ja um einen Roadtrip gehen zu einer Hochzeit und hier treffen die beiden Partner einer Ex-Beziehung irgendwie aufeinander. Und es ist dann wohl irgendwie so, dass die auch ihre Beziehung irgendwie aufarbeiten, die wohl sehr toxisch irgendwie war. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich etwas anderes erwartet. Bin natürlich ein bisschen jetzt auch vorbereitet, dass mich etwas anderes hier erwartet. So wie Ruth es in ihrem Video auch beschrieben hat. Muss aber sagen, da hatte ich tatsächlich auch überlegt, es mit in den Urlaub zu nehmen. Dachte aber dann, ob ich so etwas Schweres in den Urlaub möchte. Und habe davon tatsächlich auch abgesehen. Also ich denke, das wird dann eher jetzt ein Herbstbuch für den Oktober, November. Und bin da einfach trotzdem gespannt. Möchte auch offen bleiben und hoffe, dass es zumindest mich dann so unterhält. Beziehungsweise ich so gut finde, dass es dann vielleicht bei den beiden anderen Büchern auch Platz findet. Weil von der Optik, ich finde die immer sehr, sehr cool gemacht. Ich mag die Original-Cover tatsächlich auch sehr gerne. Ich finde auch, was man hier sich beim Diana Verlag hat einfallen lassen, auch richtig schön. Sehr gespannt, was mich erwartet. Freue mich da definitiv dann auch aufs Lesen. Dann gab es eine Empfehlung von Fräulein Lore. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich daran hinkam oder wo die Empfehlung zu mir gefunden hat. Wahrscheinlich auch, als es irgendwie um Reiseberichte ging. Und zwar hat sie mir erzählt, dass von Maria Erich, das ist eine deutsche Schauspielerin, die man, ich glaube, aus der Edelstein-Reihe kennt und auch aus, ach, diese Berlin-Serie, Kudamm 53, 57, also diese dreistaffelige Serie. Und zwar hat sie gesagt, da gibt es auch einen Reisetrip von ihr in Buchform. Man kann sich da auch den Film auf Netflix anschauen. Und zwar Leaving the Frame mit dem Untertitel Eine Weltreise ohne Drehbuch. Und das hat mich super, super angesprochen. Habe ich bei Tauschticket ertauscht. Also da findet man durchaus eben auch mal ältere Schätze, sozusagen in einem sehr, sehr guten Zustand. Und ich habe mir die Serie auf Netflix noch nicht angeschaut. Möchte jetzt auch erst das Buch lesen. Raus aus der Filmwelt, rein ins Abenteuer. Maria Erich steht schon viele Jahre vor der Kamera. Und dann zog sie als 26-Jährige mit ihrem Freund Manuel raus in die Welt. Mit einem alten VW Käfer haben sie 20.000 Kilometer von Mexiko durch die USA hinter sich gelassen. Und die Reise wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Es sind noch ein paar Bilder drin. Ich bin mega gespannt, wie Maria Erich ihre Reise hier erlebt und auch dokumentiert. Danke auf jeden Fall für den Tipp. Bin da immer sehr, sehr offen, wenn ihr da gute Bücher irgendwie empfehlen könnt und wollt. Immer in den Kommentaren super gerne. Und werde mir, denke ich, dann nach der Lektüre auch mal den Film anschauen. Gerade wenn es jetzt draußen einfach dann nicht mehr so schön ist und es einen dunklen November gibt. Da kann man natürlich sich ganz toll irgendwie wohin träumen und wegträumen. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr drauf. Ein Highlight-Kandidat ist ebenfalls im September erschienen und bei mir eingezogen. Wie ein Schatten im Sommer von Adriana Popescu. Ein Buch mit einem wunderschönen Cover, wie ich finde. Also farblich richtig, richtig toll gestaltet. Wie ihr seht, ist es auch schon eingeteilt. Ich werde das jetzt im Oktober zusammen mit der lieben Anka lesen. Ich freue mich da auch schon sehr, sehr, sehr drauf. Wir wollten es eigentlich noch irgendwie vor meinem Urlaub packen, aber das hat dann auch mit der Krankheit von Anka nicht so richtig mehr geklappt. Und dann wäre es irgendwie so gehudelt gewesen. Aber das machen wir ganz entspannt im Oktober. Es ist das neue Jugendbuch von Adriana. Und ich habe ja alle Jugendbücher von ihr gelesen, alle gefeiert und bin jetzt auch sehr gespannt. Wir sind hier ein Sommer auf dem Land. Die erste große Liebe und ein schrecklicher Verdacht. Ich weiß gar nicht so genau, was hier so das Problem tatsächlich ist. Wir sind hier in Maisfeldern, fremdenfeindlichen Sprüchen. Und ja, das wirft dann eben einen Schatten ins Sommerlicht. Ich möchte gar nicht so viel wissen, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist das neue Jugendbuch von Adriana. Die Erwartungshaltung ist hoch und groß. Und ich freue mich da sehr aufs Lesen, auf den Austausch mit Anka. Und das wird auf jeden Fall jetzt in einer der nächsten Bücherwochen im Laufe des Oktobers, denke ich, auf jeden Fall auch vorgestellt. Und da freue ich mich sehr. Also ich habe da schon Highlight, Erwartungen dran und bin hier super gespannt, was uns dann auch erwarten. Stolpert man gern? Und das ist ja jetzt in diesem Neuzugang öfter mal der Fall über Bücher, wo man sich denkt, was könnte da hinter sich verbergen? Cornflakes mit Johnny Depp von BJ Nowak. Stories und andere Stories. Ich fand das so cool von der Aufmachung. Habe ich auch über Tauschticket ergattert und ich fand das so, so spannend. Es soll ein durchgedrehtes Debüt sein. Es soll meisterhaft sein, wie leicht das normale außergewöhnlich werden kann. Ja, naheliegendster Vergleich ist Woody Allen und er hat ja einen sehr speziellen Humor und wie er die Welt sieht. Und ich muss ehrlich sagen, so richtig viel weiß ich da gar nicht. Es geht hier hin, haben wir den Inhalt drin. Ich habe tatsächlich gar nicht so reingeguckt. Ich finde das super spannend, dass irgendwas von John Grisham, der Krankenwagenfahrer, der Comedy Central Roast of Nelson Mandela, der Geist Mark Twains, die Konjunktur war am Boden, Chris Hansen beim Justin Bieber Konzert, Konfuzius Privat, Maries blöder Freund. Und ja, also ich bin super neugierig. Ich erwarte mir hier sehr viel Unterhaltsames, Lustiges zum Schmunzeln, aber eben auch vielleicht so ein bisschen was Bitterböses, Trockenes. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht so viel. Natürlich ist Johnny Depp hier dran schuld. Ich bin großer Fan, bin natürlich neugierig, was es hier mit dem Konflicts und Johnny Depp zu tun hat. Aber ja, ich lasse mich da total überraschen. Bin super neugierig, was mich hier erwartet und wie es mir gefallen wird. Und ja, freue mich da definitiv auch aufs Lesen. Dann ein Buch, zu dem es jetzt eben auch die nächsten, ich denke in den nächsten 1, 2, 3 Tagen ein Gewinnspiel auf Instagram geben wird. Und zwar ist das von Nick Martin, die dunkle Seite. Nick Martin ist ja bekannt für die geilste Lücke im Lebenslauf. Das findet man hier unten. Das Buch habe ich, glaube ich, letztes Jahr gelesen. Ist auch ein Highlight Buch und ist auch, glaube ich, aktuell, ja, in Verleihung. Und Nick Martin hat auch einen Podcast und das Buch, damals war auch so geschrieben, wie wenn er das eben einem erzählt. Fand ich richtig, richtig toll. Mir hat das Buch sehr viel Spaß gemacht. Ich mag Reiseberichte, wie man jetzt unschwer erkennen kann. Und dann wurde eben bekannt, dass Nick Martin eben auch die dunkle Seite seiner 10 Jahre als Weltreiter der Weltreise sozusagen zeigen möchte. Denn nicht alles geht immer gut. Und eigentlich dachte ich, ja, hier reicht dir das E-Book. Für den Wälzer sozusagen passt das. Doch dann hat der Verlag geschrieben, dass das Buch verspätet, sozusagen verschickt wird. Dass das Buch nicht im September erscheint, sondern jetzt eben auch erst im Oktober. Ich glaube jetzt auch irgendwie um den 6., 7., 8. Oktober herum. Weil es einen Druckfehler irgendwie gibt in den Büchern. Also es gibt verschiedenste Seiten, die nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten. Und dass Bücher eben in der Tonne landen. Und wer nicht vielleicht doch einfach nochmal ein Buch möchte. Und da habe ich natürlich gesagt, Mensch, bevor das in der Tonne landet, nehme ich anstelle des E-Books eben ein echtes Buch und bekomme eben dann auch ein Buch für euch zum Verlosen, was dann auch vom Con Book Verlag direkt bei euch zur Verfügung gestellt wird. Und das Gewinnspiel, wie gesagt, werde ich auf Instagram jetzt die nächsten Tage machen. Lasst mich mal von dem Urlaub wiederkommen. Dann erstelle ich da auf jeden Fall einen Post dazu. Auf Instagram findet ihr immer unten in der Infobox. Und da verlose ich dann eins dieser nicht perfekten Ausgaben. Auf den ersten Blick muss ich sagen, wenn man, glaube ich, gar nicht weiß, wo man suchen sollte, findet man auch gar nichts. Das sieht aus wie ein ganz normales Buch. Und da hoffe ich, dass ihr euch ein bisschen drüber freut. Ich bin sehr gespannt, was alles nicht so gut lief bei Nick Martin. Natürlich kennt man wahrscheinlich die ein oder andere Anekdote aus seinem Podcast. Dennoch freue ich mich, das hier dann auch ein bisschen zu lesen und mich da auch einfach mal jeden Abend so zurückzuziehen und zu sagen, jetzt gucken wir mal, was da bei anderen immer mal vielleicht nicht so klappt. Und ja, also haltet Ausschau bei Instagram. Da könnt ihr eins davon auch dann gewinnen. Und da bin ich auch schon super gespannt, wie wir das dann sozusagen finden werden. Ich hatte einen Hangout mit der lieben Christine. Wir haben zusammen unsere gegenseitigen Pick-My-Supps sozusagen angeguckt und in einem Hangout drüber gequatscht, wie wir das so fanden. Und Christine hat geschwärmt von Kleine Feuer überall von Celeste Ng. Und es ist direkt als Hörbuch bei mir eingezogen. Und das höre ich auch aktuell gerade. Und ich muss sagen, Christine hat so, so geschwärmt. Und man hat schon so viel Positives darüber gehört. Und es gibt ja auch eine Serie, ich glaube, bei Amazon, die man dann im Nachgang sozusagen sich anschauen könnte. Wir haben hier ja irgendwie den Vorstart. Und es ist nicht alles so, wie es scheint, dass ganz viel im Argen sozusagen liegt. Und ich bin es leider noch nicht so weit im Hörbuch, um da vielleicht schon was zu erzählen. Aber Christine hat überzeugend mich angefixt. Vielen Dank dafür. Und da musst du dann das Buch als Hörbuch auch einfach bei mir einziehen. Und als Hörbuch, weil ich eben dachte, Mensch, du hättest so viel Lust auf die Geschichte. Das kriegst du nächste Woche auf jeden Fall noch unter. Und deswegen habe ich mir jetzt das Hörbuch für diese viereinhalb Tage, die ich jetzt eben diese Woche zu Hause bin, mir geholt. Weil das doch einfach beim Haushalt abends irgendwie zum Entspannen einfach einfacher ist. Als tatsächlich, also gerade beim Haushalt kann man ja nicht mit dem Buch rumlaufen. Aber ich dachte, wenn ich in der Woche überhaupt irgendwie lesetechnisch was schaffe, dann eher zum Hören. Und da freue ich mich definitiv auch als Weiterhören. Das neue Buch von Kai Meier ist ebenfalls bei mir eingezogen für Immerhaus. Und ich habe noch nicht so viel von Kai Meier gelesen. War auch nicht von allem irgendwie groß begeistert. Ich habe, glaube ich, noch, ja, Chimland, Sturmkönige hier auf dem Sub liegen. Das ist ja auch schon ein älteres Werk. Und ich möchte hier jetzt aber mit dem neuen Buch, was so, so spannend klingt, von Kai Meier eben auch einfach mal wieder so ein bisschen in seinen Lesefluss irgendwie kommen oder in seinen Schreibfluss und einfach mal sehen, was er hier so gezaubert hat. Hier hatte mich ja insbesondere zuerst das Cover sehr, sehr, sehr angesprochen. Und dann haben wir eben das Für Immerhaus, das zwischen den Welten am Ufer eines dunklen Ozeans steht. Es hat tausende Hallen und Säle. Seine Korridore sind endlos. Und noch immer wächst es weiter und verändert sich. Dort stranden junge Heldinnen und Helden, die ihre Welten vor dem Untergang bewahrt haben. Die Herrschenden fürchten ihre Macht und schicken sie hierher ins Exil. Doch Carter ist kein Held wie die anderen. Er besitzt keine Erinnerung, ist nur von einem überzeugt. Er hat niemals eine Welt gerettet. Und so begibt er sich auf die abenteuerliche Reise durch das Für Immerhaus auf der Suche nach seiner Bestimmung. Und das klingt nach wunderbarer, ja, Jugend-Fantasy mit diesem Haus, in dem wir Helden treffen, die ihre Welten gerettet haben, die ins Exil geschickt wurden. Und man kann sich schon vielleicht sogar vorstellen, welche Helden aus unseren Büchern sich dort irgendwie tummeln und treffen. Und ich fand, das klingt einfach super spannend. Und ich glaube, es ist sogar ein Einzelband, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe und richtig gesehen hatte. Ich glaube nicht, dass das der Auftakt von irgendwie einer Reihe war. Bin mir aber gerade auch gar nicht sicher. Aber dachte, es ist ein Einzelband und es klang einfach toll. Und ich dachte, ja, vielleicht kann mich damit Kai Meier wieder mal ein bisschen näher zu sich bringen. Und vielleicht greife ich dann danach auch einfach direkt mal zu den Chin-Landen. Und das letzte Buch, ja, wir sind endlich am Ende angekommen, ist ein Buch, mit dem hat mich Steffi vom Buchschnack total angefixt. Und ich glaube, auch viele anderen von uns. Und ich habe lange überlegt, ob ich es mir in Deutsch hole, in Englisch hole. Habe dann Steffi auch einfach gefragt, Mensch, wie ist denn hier so das Englisch? Und sie hat gesagt, Mensch, wenn du Harry Potter auf Englisch liest, kommst du hier auch absolut zurecht. Und zwar ist es The Haunting of Evelyn Jones von Phil Hicks. Und ich muss ehrlich gestehen, so richtig viel weiß ich über dieses Buch gar nicht, außer was Steffi so ein bisschen erzählt hat von Evelyn Jones, von der Geschichte. Dass das so ein bisschen ein Grusel-Märchenbuch ist, eben auch für Jüngere. Also es ist eher doch tatsächlich ein Kinderbuch. Und ich finde auch das englische Cover so, so, so schön. Und es ist ja jetzt auch das englische Buch, der zweite Band, schon herausgekommen. Ich glaube, im Deutschen gibt es das erste Buch auch schon. Und Turn on your torches and join Evelyn Jones. Ah ja, okay. Und ich bin so gespannt. Und auch das ist ein Buch, was ich so in Gedanken habe, ob das nicht was jetzt für den Urlaub wäre, gewesen wäre, je nachdem. Es ist immer so merkwürdig, in der Zukunft mit der Vergangenheit zu sprechen. Aber es ist vielleicht doch ein bisschen zu herbstlich, um das am Strand zu legen. Wobei es natürlich von der Dicke ideal wäre. Ich finde das englische Cover im Übrigen wirklich viel, viel gelungener als das deutsche. Da denke ich mir echt, da hat man irgendwie so versucht, ja, irgendwie, ja, ein Harry Potter in weiblich und vielleicht eher dann wie eine Ginny Potter. Also ich muss sagen, das deutsche Cover gefiel mir nicht so. Und ich habe es mir dann einfach auf Englisch geholt und war auch super schnell da. Und ja, bin super gespannt. Ja, Steffi kann definitiv ähnlich wie Christine auch sehr gut anfixen. Und bei Steffi ist jetzt auch schon der zweite Band eingezogen. Und da freue ich mich auch schon auf die Gedanken. Und ich freue mich hier tatsächlich auch auf ein englisches Buch. Lese ich ja tatsächlich gar nicht mehr so häufig. Ich habe schon überlegt, ob man vielleicht nächstes Jahr irgendwie mal eine Challenge draus macht, jeden Buch, jeden Monat ein englisches Buch zu lesen. Wobei, das müsste man natürlich dann gezielt machen, wenn Neuerscheinungen kommen. Die gäbe es in der Originalsprache, dass man dann dann vielleicht darauf zurückgreift. Aber da mache ich mir gegen Ende des Jahres einfach mal Gedanken. Aber darauf freue ich mich. Denke ist ihr jetzt ein Kandidat für den Oktober, November. Und bin super gespannt, ob mich das Buch ähnlich anfixen kann, wie es ja im Grunde auch von der lieben Steffi so erzählt wurde. Und das waren sie jetzt auch schon. Die 17 Neuzugänge. Wirklich irre, was da diesen Monat eingezogen ist. Und es ist gefühlt noch gar nicht so viel gelesen davon. Das macht mir tatsächlich immer am meisten Sorge im Anbetracht des Rache des Subs. Ich habe auch diesen Monat definitiv weniger als 17 Bücher gelesen. Ich glaube, ich bin aktuell irgendwas bei 12, 13. Also definitiv weniger. Es hat sich der Sub ein bisschen aufgebaut. Wobei ich glaube, ich habe auch ein Buch irgendwie nach 40, 50 Seiten abgebrochen. Was dann ja bei mir auch in die Statistik gar nicht so mit rein zählt. Ja, aber 17 Bücher. Aber gut, ich bin natürlich neugierig, was im September bei euch eingezogen ist. Ob ihr Einzelbücher vielleicht schon gelesen habt. Gerade auch die älteren Bücher. Ob euch da was bekannt vorkommt. Schreibt das super gerne in die Kommentare. Und nächsten Samstag habt ihr dann wieder eine Bücherwoche. Da dann mit einer gut erholten, hoffentlich gebräunten und entspannten Steffi, die dann zwar schon wieder ein paar Tage im Lande ist. Aber ja, definitiv hoffentlich noch so ein bisschen Urlaubsstimmung mitbringt. Und da gibt es dann eben auch einfach eine Doppelbücherwoche in einem. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.